Die Reflexe funktionieren. Während AfD, FDP und CDU Stimmen verlieren, strahlt das rot-grüne Bild. Aber es gibt auch Schatten. Es fühlt sich fast nostalgisch an, SPD und Grüne gewinnen eine Wahl. Die Grünen sind sogar dabei, in Hamburg CDU und FDP, beide benommen von dem Thüringen-Desaster, als Partei des liberalen Bürgertums zu verdrängen. Und wohl noch nie hat die SPD bei einer Landtagswahl gut 20 Prozentpunkte mehr bekommen, als sie bei Bundestagswahlen erhalten würde. Zwischen Rot-Grün, zwischen Peter Tschentscher und Katharina Fegebank, passte inhaltlich kaum ein Blatt. Beide wollen die Innenstadt irgendwann autofrei machen, mehr Polizei und keinen Mietendeckel, obwohl die Preise drastisch, wenn auch nicht so dramatisch wie in Berlin angezogen haben. Der Sieg von SPD und Grünen ist ein Erfolg der liberalen Mitte- und nicht-linker Politik. Das rot-grüne Bild strahlt, aber es gibt auch Schatten. Hamburg zeigt mal wieder, dass die Grünen nur Umfragen gewinnen. Wenn die Wahl näher rückt, kehren ihnen scharenweise Sympathisanten den Rücken. Die Partei hat dagegen kein Rezept. Auch Fegebanks STR um linienförmiger Mitte-Kurs und die Beteuerung, ganz harmlos zu sein, nutzte nichts. Den SPD-Erfolg konnte sogar der schlimme Verdacht, das Cum-Ex-Verbrechen einer Bank lässig gehandhabt zu haben, nicht verhindern. Dabei mag Tschentschers Image eine Rolle gespielt haben. Er wirkt wie ein korrekter Angestellter, der sich nichts zu Schulden kommen lässt. Dieser Melas war angesichts des Cum-Ex-Verdachts eher ein Bonus. Der Skandal perlte an Tschentscher, der damals immerhin Finanzsenator war, einfach ab. Hanau zeigt, wie gefährlich die AfD ist. Sagt der Erfolg in Hamburg etwas über die SPD-Krise. Die urbanen Milieus sind das letzte Biotop, in dem die SPD mehrheitsfähig ist. Sieben der zehn größten Städte der Republik werden weiterhin sozialdemokratisch regiert. Allerdings, mehr zeigt Hamburg nicht. Die dortige Sozialdemokratie ist etwas Besonderes, eine Art Staatspartei. Dieser Erfolg ist kein übertragbares Modell. Und weder Bestätigung noch Dementi des neuen, moderat-linken Kurses von Saskia Eskan und Norbert Walter-Borjans. Die extreme Rechte fantasiert einen Kriegszustand herbei, die Rechten und die Sprache. Die Strategie des Kampfes um Sprache ist nicht neu. Zum ersten Mal für die extreme Rechte hat ihn die Novelle Dreute, die neue Rechte, in Frankreich, in den 50er und 60er Jahren ausformuliert. Statt sich um Wahlerfolge und Parlamentssitze zu bemühen, verlegte man den Kampf auf die kulturelle Ebene. Ziel war nicht mehr eine erfolgreiche Wahlpartei, sondern die Erringung der kulturellen Hegemonie. Diese Strategie von rechts basiert auf den Ideen des marxistischen Theoretikers Antonio Gramsci. Gramsci formulierte im Gefängnis des italienischen Faschismus seine Hegemonietheorie aus. Demnach reicht es nicht, sich an die Spitze des Staates zu putschen, vielmehr müssen die eigenen Vorstellungen einer guten Gesellschaft auch von dieser akzeptiert und als legitim angesehen werden. Diese Debatte findet nicht auf Ebene von Parteien, sondern im vorpolitischen Raum statt, an den Stammtischen, auf dem Marktplatz, in den Medien, am Arbeitsplatz und so weiter. Die Sprache der Rechten, Extremismusforscherin seziert Strategien. In einer komplexen, Post-Industriegesellschaft geht es darum, die eigenen Ideen in diesen Räumen zu verankern. Gramsci, als Marxist, vernachlässigt. Aber keinesfalls die ökonomische Ebene. Zugleich geht es bei ihm in einem sehr demokratischen Ansatz darum, alle an diesen Debatten teilhaben zu lassen. Die Novelle Dreute nimmt Gramsci's Theorie und macht sie für rechts nutzbar. Dabei geht jeder ökonomische und demokratische Ansatz verloren. In diesem Gramscianismus von rechts bleibt die Idee eines metapolitischen Raumes über, den es zu besetzen gilt. Dies soll nicht geschehen, indem marginalierte an Debatten teilhaben, sondern indem Multiplikator unter Strich innen und schon traditionelle Eliten einer Gesellschaft nach rechts gezogen und mit entsprechenden Inhalten und Strategien versorgt werden. Denn neben einer nur marginal aktualisierten Themenvariation ist vor allem die Strategien das Neue in dieser Art des Rechtsextremismus. Wie genau sehen die neuen Strategien der Rechten nun aus? Am Beispiel Asylkrise soll das klarer werden. Die Sprache der Rechten 2015 als Stunde Null Mit den großen Fluchtbewegungen von 2015 hat die extreme Rechte ihren Hauptfokus gefunden. Während die Zivilgesellschaften in Europa Hilfsbereitschaft und Solidarität zeigten, trommelten die entsprechenden Rechten Magazine und Blogs gegen diese. Im Zentralorgan der deutschsprachigen neuen Rechten, der Sezession, wurden die Fluchtbewegungen und die ankommenden Menschen schon 2015 und in den folgenden Jahren als Siedler oder Invasion bezeichnet. Besonders die Identitäre Bewegung hat unmittelbar massiv gegen eine menschliche Asylpolitik protestiert. Dazu zählten Blockaden an Den Grenzen und eine groß angelegte Kampagne Mit Slogans wie Stoppt den Großen Austausch Nové Angelehnt an eine Kampagne der australischen Regierung Die Flüchtlinge zur Umkehr bewegen soll Oder dem Hochhalten der Festung Europa wurde auch sprachlich aufgezeigt Wo es in den Jahren darauf hingehen sollte 2015 ist die Situation, die nie hätte eintreten dürfen Sie ist eine Niederlage Die Stunde Null, ab der die aktuelle Zeitrechnung anfängt Martin Sellner Kopf der Identitären Bewegung Österreich und Chefideologe der Identitären Beschreibt das Jahr 2015 in seinem Nachwort zu Revolte gegen den großen Austausch mit Texten von Renaud Camus Das 2016 erschienen ist In epochalen Worten Die beispiellose Flüchtlingsflut 2015 ist wie ein Albtraum über Europa hereingebrochen Die öffentliche Stimmung drehte sich Als große gesellschaftliche Akteur unter Strich innen dieses Katastrophennarrativ übernahmen Dies geschah vor allem nach der Silvesternacht von Köln 2015-16 Die sinnbildlich für vermeintlich importierte Frauenverachtung und gescheiterte Integration steht Die Sprache der Rechten Die Rationalisierung der große Austausch Das Konzept des großen Austauschs wurde von dem französischen rechtsextremen Philosophen Renaud Camus entwickelt Populär wurde es durch die Kampagisierung der Identitären 2016 erschien im Anteos Verlag von Götz Kubacek ein Büchlein mit verschiedenen Reden und Schriften von Camus Das den Titel Revolte gegen den großen Austausch trägt und mit Fahnen der Identitären bebildert ist Die Veröffentlichung traf Genau mit den Fluchtbewegungen von 2015 und den rechtsextremen Mobilisierungen der Identitären zusammen Schon auf diesen inszenierten sich die Identitären als Kämpfer gegen einen vermeintlichen Austausch Auf Transparenten, in Interviews, auf Stickern, in Videos, T-Shirts und auf Fleeren machten sie dies deutlich Der große Austausch, wie ihn Camus beschreibt und die Identitären Kampagisieren und als ursächlich für die Fluchtbewegungen sehen, ist eine rechtsextreme Verschwörungstheorie Sie komprimiert die drei großen Stoßrichtungen des aktuellen um Diskurshoheit kämpfenden Rechtsextremismus Antisemitismus Rassismus und Antifeminismus Diese Verschwörungstheorie zeichnet eine westliche Welt, die durch den Feminismus komplett geschwächt ist Weil dieser ursächlich für geringe Geburtenraten und besiegte, schwächliche Männer ist Dadurch stirbt Europa als Kulturraum langsam aus Die Sprache der Rechten Ethnisch wünschenswerter Nachwuchs An diesen Vorstellungen lässt sich gut die im Grunde rein völkische Haltung dieser Idee zu erkennen Es geht um ethnisch wünschenswerten Nachwuchs Ethnisch wünschenswert heißt, dass die Eltern weiß und europäisch sind, keine Krankheiten haben und so weiter Ohne Feminismus würden Frauen nicht auf Ideen wie finanzielle Unabhängigkeit oder Arbeiten oder Verhütung kommen und ihrer eigentlichen Rolle gerecht werden, der des Kinderbekommens Diesen Missstand machen sich dunkle, im Geheimen agierende, finanzstarke Kräfte zunutze und forcieren die Migration nach Europa Um Europa endgültig zu zerstören Rechtsextreme stellen diese ominösen Kräfte oft mit Hilfe der Person George Soros dar Hier ist klar die uralte und auf die Protokolle der Weisen von Zion zurückgehende Verschwörungstheorie der bösartigen und zersetzenden Juden und Jüdinnen zu erkennen Dieses Matchwerk ist eine der bedeutendsten geistigen Grundlagen für den eliminatorischen Antisemitismus des 19. und 20. Jahrhunderts Um Europa zu zerstören, werden intellektuell Unterlegene, so die Deutung, aber körperlich viral Menschen in koordinierten Aktionen nach Europa gebracht Die rassistische Konzeption der jungen, virilen Männlichkeit der Flüchtlinge ist der direkte Kontrast zur antisemitischen Konzeption von gewitzten, aber feigen und körperlich schwachen Juden und Jüdinnen, die im Verborgenen agieren Diese gefährliche Mischung verbreitete sich schnell als Legitimation für das eigene Handeln der extremen Rechten auf der ganzen Welt In Christchurch ermordete 2019 ein rechtsextremer Terrorist 51 Menschen und hinterließ ein Manifest, das den Namen Segret Replacement trug Dieser vermeintliche Austausch ist der Grund seines Handelns Auch der Terroranschlag in Halle im selben Jahr mit zwei Todesopfern wird mit einer Abwehr des großen Austauschs legitimiert Aber auch ein Politiker wie Björn Höcke spielt auf der Klaviatur dieser Verschwörungstheorie Wenn er folgendes bei einer Wahlkampfrede am 14. Juli 2019 sagt Die sogenannte Einwanderungspolitik, die nichts anderes ist, als eine von oben verordnete multikulturelle Revolution die nichts anderes ist, als die Abschaffung des deutschen Volkes Strategie 1 Entmenschlichung durch Naturkatastrophen Eine Strategie, die bewirkt, dass die geflüchteten Menschen nicht mehr als Ansammlung individueller Schicksale gesehen werden, will diese Personen entmenschlichen Die Mittel dazu sind Vergleiche, Analogien oder Frames Damit werden unterschiedliche Sachverhalte gleichgesetzt Begriffe wie Tsunami, Flut oder Welle werden dann auf Menschen bezogen Das wird nicht nur in Überschriften von Boulevardzeitungen so gemacht, sondern aktiv von der extremen Rechten befeuert Eines der bekanntesten Memes der extremen Rechten um das Jahr 2015 verglich Flüchtlinge mit einem Wasserrohrbuch Die Punchline war, dass man sich bei einem Wasserrohrbruch nicht noch zusätzlich Wasser in die Wohnung schüttet, außer in einer linken Logik Strategie 1 Das Framing in der Sprache Framing ist die rhetorische Technik, etwas sprachlich so einzurahmen, dass es immer zusammen gedacht wird, ohne dass man den Zusammenhang explizit herstellen muss Das passiert etwa, indem Asyl und Flucht immer unter der Überschrift Sicherheit diskutiert werden Damit sind wir in einem Sicherheitsframe, der eine andere innere Logik besitzt als etwa ein Menschenrechtsframe oder ein Nächstenliebeframe Eine Unterspielart des Sicherheitsframes ist der Naturkatastrophenframe, der auch gleichzeitig eine sprachliche Eskalation bedeutet Denn Flüchtlinge sind dann nicht mehr nur grundsätzlich ein Sicherheitsproblem, sie sind eine große Katastrophe, gegen die man sich kaum wehren kann Im kollektiven Gedächtnis von Gesellschaften sind viele ikonische Bilder von Naturkatastrophen abgespeichert Sei es die großen Hochwasser der 90er und 00er Jahre Seien es die Hurricanes in den USA oder die Waldbrände in Australien All diese Bilder lösen Angst und Beklommenheit aus und erinnern an die Opfer Schäden und großen Anstrengungen, die es im Wiederaufbau gebraucht hat Nach Krieg und Terror sind Naturkatastrophen die traumatischsten kollektiven Ereignisse Wenn Flüchtlinge jetzt in sprachliche Nähe dazu gesetzt werden, dann macht man sie zu einem großen Angstfaktor, gegen den man sich als Gesellschaft stellen muss Wir oder sie Es kann kein Miteinander geben Ihn Ich kann kein Miteinander geben